Hallo Alex! Hallo! Brumm, brumm, brumm! Der merkt, wenn er fotografiert wird, wie er durchs Turm macht ja ganz freundlich. Alex! Brumm, brumm, brumm! Mama, piep, piep! Die Stierböckchen machst du! Oh! Oh! Sitzenbleiben! Schön sitzenbleiben! Mama, langsam kurz hin, dass er rausfällt. Jetzt ist es aus. So, kannst du noch ein wenig sitzenbleiben, dann machst du raus. Mama, brumm, brumm! Okay. K specific. Wie ist es? Okay! Okay!